heute abend kurz noch unterwegs im focus s alles soweit klar machen die letzten steps einiges ist schon verbaut wir haben die anzeigung schon verbaut wir haben den ladenluftkühler verbaut wir haben die drehmomentstütze verbaut die schaltwegsverkürzung und diverse andere bauteile und jetzt wollen wir einfach mal probieren mal nochmal 0 auf 100 zu machen ich mache jetzt mal 0 auf 100 ohne launch control weil ich der meinung bin dass das bei dem auto deutlich besser ist wer weiß vielleicht wirklich noch ab aber ich hoffe es mal nicht werden wir mal probieren was wir machen können bereit wärmer so da haben wir jetzt gemessen eine 5,01 das heißt fünf sekunden in diesem fall ich kann es euch wenn ihr wollt nach einem video einblenden aber ihr habt es ja grob im display gesehen versuchen wir mal noch eine messung 2 hinterher dass wir da einfach einen vergleich haben und wie schon gesagt ich werde euch nachher noch ein zweites video machen mit 100 auf 200 hier auch noch mal der hinweis der kunde weiß bescheid es ist mit dem kunde abgesprochen der kunde wünscht es auch dass man da vorher nachher den unterschied sieht ja deswegen braucht euch da keine sorgen machen so damals gemessen eine 5,12 alles wie schon gesagt auch unkorrigierte werte aber das bestätigt jetzt den wert und das bestätigt auch meine vermutung dass definitiv diese umbauten die wir bis jetzt gemacht haben bereits was gebracht haben seitdem die anzeugung im fahrzeug verbaut ist das fahrzeug deutlich spritziger also man hat es auch schon mal so ein kribbel im bauch dass man einfach davor nicht gehabt hat und das ist jetzt definitiv da und man merkt auch dass die gasannahme ein bisschen direkter ist viele belächeln ist ja immer und sagen ja das bringt doch eh nix das bringt doch eh nix ja es ist richtig es gibt fahrzeuge wo es definitiv nichts bringt ja wenn man da zum beispiel eine downpipe macht wenn man keine software anpasst und so weiter ja also nur hardware bringt bei manchen fahrzeugen nichts wenn der datenstand nicht angepasst ist hier fühle ich es definitiv aber wir werden ja auch den nachweis bekommen weil wir gehen ja noch mal auf den prüfstand um nur rauszufinden was die reine hardware bringt und dann können wir abstriche machen das heißt wir haben einmal einen step komplett serie wir haben einmal einen step nur rein die hardware und wir haben einmal den step die hardware mit der software und dann können wir explizit sagen wir gehen auch explizit gerade jedes mal dann um die gleiche uhrzeit messen um einfach ungefähr ähnliche bedingungen zu haben auch wenn sie jetzt ein bisschen wärmer ist das heißt wir haben euch eher schlechtere bedingungen wie letzte woche aber wir sehen dann sofort den unterschied und wir sehen dann sofort ja es hat was gebracht oder nein es hat nichts gebracht ja jetzt danke ich euch fürs video schauen wünsche euch eine ruhige nacht und wie schon gesagt es wird noch einen weiteren part geben 100 200 da lag man bei 13 7 unkorrigiert bin ich gespannt was da im video rauskommt gute nacht